Unter Ball, Daniel Hanslik. Hanslik und Boyd! Führung für Lauterl aus dem Nichts! 77. Minute, der Just-in-Time-Genesene. Heute Morgen, ich weiß nicht wie viel Stäbchen der sich durch die Nase gezogen hat, bis endlich der Test negativ war. Terence Boyd! Keine gute zweite Halbzeit des FCK bis hierhin. Dann probieren Sie es mal so. Hanslik verspringt der Ball fast. No-Look-Pass. Boyd! Am langen Pfosten. Freunde, das wirkt ja fast wie einstudiert. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.